Ja, genau so ist es und ihr werdet euch sicher fragen, ja, aber wie ist denn jetzt das, wenn ich mit Denise quasi in den Ausgang gehe und sie auf einen Drive-by Lust hat und sie schießt ja nur auf, ja, andere Gangmitglieder und wenn es jetzt keine anderen Gangs mehr gibt, was machen wir dann? Überhaupt kein Problem, ich werde euch das kurz zeigen, ich habe übrigens hier auch ein neues Fahrzeug, das ist der Hasler, ein eher gewagteres Automobil, mit dem cruisen wir jetzt einfach mal zu Denise und hoffen, dass sie eine, ja, Lust auf Drive-by-Action hat. Schön die Tür öffnen, Gentleman's Likes, so. Ah, haben wir Glück, sie will, ähm, aber zuerst gibt es einen Kuss, sie will ein bisschen durch die Gegend fahren, die süße Maus, so. Oh, ich sollte vielleicht warten, bis sie eingestiegen ist, bevor ich losfahre. Ähm, genau. Und ich werde euch jetzt zeigen, wo ihr die Drive-by-Action machen könnt. Und zwar, tja, es gibt hier noch die Varios. Und die schießen eigentlich relativ oft auf einen und deshalb habe ich da überhaupt keine Rupel bei denen ein bisschen für Rambazamba zu sorgen. Auch wenn, ja, Cäsar, also der, der Freund unserer Schwester, auch, also quasi der Anführer der Varios ist, das ist mir scheiße da. Und da ist auch schon einer. Komm, Denise, gib ihm Saures. Schieß auf den... Wieso schießt die nicht? Muss ich denn halt killen? Ah, okay. Gut, dann mach mal Drive-by. Jetzt. Komm, knall. Ja, irgendwie. Jetzt. Wie seht. Okay, jetzt sollten wir weg. Ich mag die Denise. Ich mag sie einfach. Okay. Ui. Was macht denn der? Was macht der? Das hat der mit der Schaufel vor. Ja, ich liebe diese Frau. Ich liebe diese Frau. Die passt wirklich. Ja. Wie die Faust aufs Auge passte zum CJ. Und da ist noch ein Drogendealer. Sowas sehen wir gar nicht gerne. Ah, der ist schon erledigt, okay. Hm, das ist so ein geiles Auto, der Haustler. Den haben wir übrigens auch von Denise so. Ähm, jo. Tja, und wir haben wieder 100% bei, Denise. Oder wir können nochmal verifizieren. Und hier bei Erfolge. Fortschritte bei Denise. Äh, 100%. Und ähm. Warte, wo ist dann nochmal das andere? Oh ja, Monster Stunt, Monster Stunt, Monster Stunt gefunden. Ah, gefunden. Ja, klar. Ich mag mir erinnern. Ja, gefunden. Ähm. Äh, gefunden. Genau. So kann man es auch nennen. Wo stand jetzt das schon wieder? Spieler, 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 Geld, Waffen, Verbrechen, Gangs, Erfolge, Gangs. Nö. Erfolge. Oder bei Sonstiges. War das nicht hier? Ah, ich glaube, nein, das war bei Spieler. Bei Spieler. Bei Spieler. Ah ja, jetzt Freundin momentan. Anzahl erfolgreicher Dates. Freundin flachgelegt. Zehnmal. Okay. Jut, 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 jut. Äh, dann werden wir jetzt wieder mal speichern gehen. Und ähm. Genau. Ups. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet auch wieder Spaß. Und äh. Und äh, ja, ich würde sagen, ähm, eigentlich könnten wir doch mal nochmal eine Mission machen, oder? Wir würden doch auch nochmal eine Idee. Mal wieder eine Mission. Kommt zwischen 9 Uhr und 17 Uhr wieder. Ah, okay. Gut, dann machen wir keine Mission. Dann machen wir die erst später. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Und tschüss. nicht immer noch Passualijk. Und tschüss. Bis jetzt brauchen wir bei euch. Ja, ich würde einen, Baracken, bei euch, bei euch, wievan, bei euch. Ich bin nicht mehr за aqueles zu Neue dem Weihnachten. Wir Ganzen. Dann vers. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020